Eine Frage, eine Antwort. Das sind unsere Quick-Tipps rund um das Thema Sonnensegel. In diesem Video beantworten wir folgende Frage. Sind Holzlasuren von Auro für Holzanstriche im Innen- und Außenbereich einsetzbar? Die biologischen Holzlasuren von Auro sind für den Innen- sowie den Außenbereich bestens geeignet. Im Außenbereich gibt es allerdings Einschränkungen. Das hat damit zu tun, dass Holz im Außenbereich pigmentiert werden muss, um die Pigmente vor UV-Licht zu schützen. Sonneneinstrahlung schädigt das Holz ähnlich stark wie zum Beispiel Wassereintrag. Dies bezieht sich vor allem auf maßhaltige Bauteile am Haus, auf Fenster und Türen oder Fassaden. Für unsere Holzmasten aus Rubinie kann man dies relativieren, da die Verwendung von farbloser statt pigmentierter Lasur die Lebensdauer des Holzmastens oder des Sandkastens nicht maßgeblich verkürzen wird. Weitere Informationen zu den Holzlasuren von Auro finden Sie hier in einem weiteren Video verlinkt. Ausführliche Anleitungs- und Montagevideos stellen wir für unsere Shop-Kunden in unserem Premium-Bereich zur Verfügung. Viele weitere Informationen rund ums Sonnensegel finden Sie auf unserem YouTube-Kanal oder in unserem Online-Shop. Haben Sie noch eine offene Frage? Schicken Sie uns die einfach zu.